Kampflieger hier. So, alles klar. Also, wir haben vier Talentpunkte, wir können den Tritt mitnehmen. Das ist ja eigentlich kein Boxgame, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Wir können hier auch so zum Beispiel, ähm, Weg des Bären. Grundlegende Talente, Weg des Tigers, Schild aus Fleisch, Taktik mit Schwerpunkt auf Ausdauer, Blocken, schwere Schläge, wahnsinniger Energieverbrauch und Regeneration. Auf geschickt basierende Taktik. Hohe Wahrscheinlichkeit auszuweichen und zu treffen. Viele Gegengange für moderater Schaden. Alle deine Talente haben höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Hups, und Weg des Bären? Taktik, die auf hoher Kraft basiert. Hoher Schaden und Energieverbrauch. Mäßige Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu treffen. Schläge sind wirksamer. Also, das heißt doch eher blind, aber wenn getroffen wird, dann aber auch richtig. Ja, das ist die Frage. Nehmen wir einen Talentbaum und skillen den durch? Oder skillen wir in jedem ein bisschen rum? Ich würde sagen, in erster Linie gehen wir erstmal auf die grundlegenden Talente. So lange wie wir können. Wir machen erstmal den Tritt, klar. Lernen für 1. Lernen für 2. Ah ja, und jetzt können wir nix weiter machen. Ach, guck mal hier, Alter. Stärke einfach nachverbrauchen wir. Aber mehr Energie. Hoher Tritt ist gesperrt, weil... Wir brauchen mehr Geschick. Tiefer Tritt. Schlechter Tritt, der ziemlich höhere Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Aha. Kinnhaken. Sehr stark, benötigt nicht viel Geschick. Äh, brauchen wir aber 3 Stärke für. Und kostet. Steht noch nicht bei. Ähm, können wir da noch ein bisschen trainieren gehen? Nee, wir haben kein Geld mehr. Wir könnten uns aber in 2 Tagen derzeitiger Rang... Wer ist denn... Wer ist denn mein Gegner? Können wir meinen Gegner hier eigentlich sehen? Songmo. Ja, aber wer wäre jetzt mein nächster Gegner? Vorteile. Unendlich Energie. Aha. Achso, das ist jemand anders. Das bin ich gar nicht. Oh, hier bin ich. Wahrscheinlich er hier. Hacks for Jim Duggan. Äh... Weißt du was? Einfach mal anmelden. Der nächste Kampf beginnt in 3 Tagen. Wir müssen aber als erstes Geld anladen kriegen. So, du kannst nicht mehr arbeiten, weil du zu müde oder hungrig bist. So, ich musste eben gerade mal ganz kurz meine Stimme rausnehmen, weil, ähm... Ich hab mir mal kurz meine Kopfhörer in die Ohren gedrückt. Scheiße, bei Mick werden wir jetzt nichts kriegen. Dann gehen wir einfach nach Hause. Hä? Und da klingelt auch schon das Telefon. Hallo? Hey, du hast mit den Kämpfen angefangen. Das ist gut. Ich habe mein altes Kampfhandbuch auf dem Tisch liegen lassen. Vielleicht hilft es dir. Danke, Frank. Wer auch immer Frank ist. Okay, wir schauen mal rein. Wie man richtig trainiert. Versuche nicht alle 3 Wege in allen 3 Werten hohe Werte zu erreichen. Wähle einen Weg und baue deinen Körper entsprechend auf. Stärke erhöht den Schaden deiner Treffergeschick, erhöht die Treffsicherheit. Ausdauer erhöht die Regenergie-Regeneration. Du verlierst jeden Tag Werte. Es ist schwierig und teuer, sie jederzeit hochzuhalten. Versuche einfach am Tag eines Kampfes in Bestform zu sein. Okay. Stärke trainieren. Hohe Stärke teilt hohen Schaden aus. Verbrauch mit jedem Treffer aber auch viel Energie. Vergiss also nicht für Energie-Regeneration deine Ausdauer zu trainieren. Also das heißt, bei Stärke sollte ich auf jeden Fall ein bisschen in Ausdauer gehen. Geschick könnte ich dann wohl vernachlässigen. Wähle Talente mit hohem Schaden, die kein hohes Geschick benötigen. Okay. Da gehört zum Beispiel Blocken zu und nicht Ausweichen. Oder den Tritt hätte ich mir zum Beispiel sparen können. Kampfstil, der am besten passt. Weg des Bären. Habe ich mir schon fast gedacht. Geschickt trainieren. Wenn du geschickt genug bist, kannst du schwierige Tritte ausführen und gegnerischen Angriffen ausweichen. Weiche Angriffe aus. Nutze Gegenangriffe und Talente mit hohem Grundschaden. Also so Ausweichen zum Beispiel, Treten. Meide Kraft bedingt der Angriffe und Schadensaufnahme. Also Boxen fällt dann aus und Blocken fällt dann aus. Kampfstil, der am besten zu dir passt. Weg des Tigers. Also so wie ich das hier sehe, geschickt soll ich dann auch ein bisschen Ausdauer mit Skillen und Stärke ein bisschen vernachlässigen. Okay. Ausdauer erlaubt dir in einem Kampf hohen Schaden zu widerstehen. Du regenerierst außerdem viel Energie, die du für deine eigenen Angriffe brauchst. Energie wird für deine Angriffe benötigt. Und du kannst damit Angriffe ausführen, die viel Energie benötigen und Angriffe blocken. Okay. Du bist nicht geschickt, also versuch gar nicht erst Angriffen auszuweichen oder Angriffe zu verwenden, die ein hohes Geschick erfordern. Also so Schlag oder Ausweichen. Kampfstil, der am besten zu dir passt, wiegt der Schildkröte. Wie du siehst, sind Talente sehr wichtig. Versuche immer neue Talente zu lernen. Frage deinen Lehrer und habe einen Langzeitplan für deine Charakterentwicklung. Okay. Versuche nicht deine Werte zu stärken, weil du große Zahlen magst. Trainierst nur gezielt, wenn du es musst. Ja, okay. Also so wie ich angefangen habe, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir in Richtung Stärke weitergehen. Ende. Denkt dran. Kämpfen soll Spaß machen. Nee. Soll den Gegner vernichten. Also ich würde sagen, Stärke. Wir gehen in Richtung Stärke, weil ich jetzt halt hier schon mit Ausdauer und Stärke angefangen habe. Wir vernachlässigen, wie ein bisschen Geschick. Nehmen wir natürlich auch ein bisschen mit rein. Aber hauptsächlich Stärke. Das ist jetzt so mein Plan. Gut. Dann würde ich sagen, Mampft dir mal ein. Mampft dir mal hier so eine Muku. Und dann legst du dich mal ein bisschen hin. In der Zwischenzeit sind bei mir 20, 30 Nachrichten aufgelaufen oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Ich bin froh, dass ich mein Handy neuerdings immer auf Lautlos stelle. Alles klar. Wir holen uns noch die nächste Muku. Apu Essen. Wupp dich. Und Stadtkarte und Apu. Nahasa Pimi Petilan. So. Apu. Apu. Einmal Fleisch. Zweimal Fleisch. Wupp dich. Und wie sieht das aus essenstechnisch? Bei wie viel Prozent sind wir? 47. Stadtkarte. Gehen wir einmal zu... Nach dem Mick hin. Zu nach dem Mick. Rein hinein. Gibst du mir jetzt was zu essen? Ich glaube nicht, dass du hungrig bist. Nur du inhalt mich. So. Wir gucken jetzt mal hier unten. Verlassene Lagerhalle. Was da jetzt eigentlich noch so Phase ist. Da waren wir ja auch noch nicht. Oha. Hier so ein Taschenspieler. Hi. Ich hörte, du organisierst Ultimate Fights. Stimmt das? Hm. Du siehst nicht aus wie ein Polizist. Also ja. Hm. Wer weiß. Du kannst... Jetzt kannst du in der Ultimate League kämpfen. Ich mach mir schon ein paar Sorgen. Ja. Ich mir auch. Dann bin ich dabei. Okay. Aber wir kämpfen nicht jeden Tag. Und unsere Kämpfe sind richtig gefährlich. Oh. Ich liebe die Gefahr. Nimm die Herausforderung an. Du kämpfst zum ersten Mal in der Ultimate League. Ich bin so aufgeregt. Ja. Und äh. Hätte ich nicht mein Gesicht verbrannt. Wäre ich jetzt wie du. Siehste? Achso. Hier. Mhm. Ja. Oh. Können wir auch direkt einsteigen. Und das ist schon scheiße. Da hätten wir vorher trainieren sollen. Oder ähnliches. Das gibt auf die Fresse. Oh. Gibt das auf die Fresse. Puff. Puff. Kann sich jetzt vielleicht ein bisschen hinziehen. Äh. Bis wir dann wirklich letzten Endes tot sind. Ich glaub der wird uns totfrügeln. Doch. Ich glaub da ganz fest gerade dran. Ne 6er Combo. Aber. Bei unseren Werten. Das mit Kämpfe war jetzt glaube ich. Eine absolut. Was. Du solltest eine Strategie wählen. Oh. Ach hier hat man noch Strategie. Standard Taktik. Ohne ganz weite Stärken. Achso. Ich hatte ja noch einen Talentpunkt zur Verfügung gehabt. Ach scheiße. Ja das war dann halt doof. Kann man so machen. Dann ist dann halt scheiße. 97 zu 63. Ich glaub das können wir noch drehen oder? Wenn wir ihm jetzt nochmal so einen ordentlichen. Ja komm. Eine 11er Combo. War sauber. Richtig nice. Nächste Runde. Ähm. Also diese Runde. Da sollten wir ihn vielleicht mal. Unter Feuer setzen. Hätte ich jetzt gesagt. Aber. So. Nicht. Ja. So ist gut. So ist gut. Ordentlich. Ja komm. Links. Ja wunderbar. 11er Combo. Äh. Kombo. Alter das wird aber ein knappes Ding so. Runde 5. Ich glaub wir können das Ding noch richtig knapp drehen. Also im Moment. Ne. Vor allem lauter Aufregung muss ich erstmal ne rauchen. Hm. Guck mal. Aber hier sieht man ja zum Beispiel glaube ich dieses Stärkedefizit. Denn äh. Seine Energie ist immer ziemlich weit unten. Und darum kann er nichts machen. Und unsere Energie die ist ja halt. Ne. Die ist ja wirklich fast unendlich. Ja der ist jetzt aber zum Beispiel in. Ausdauer gegangen. Abwehr. Aha. Energieregeneration. Naja. Aber hey komm wir sind dicht dran. Runde 5. Immerhin. Ich hätte nicht gedacht dass wir 5 Runden gegen den überhaupt aushalten. Ja aber er hat seine Taktik geändert glaube ich. Oh Alter guck mal hier 19 zu 20. Wow. Ah es sah ganz gut aus. Ein paar mal ausgewichen. Komm schon. Indinieren. Indinieren. Ah. Doppelt so viele Lebenspunkte wie wir noch. Ne 11er Combo bräuchten wir jetzt nochmal. Ah. Puh. Ich hatte da. Komm schon. Gib ihn. Ja. Schön neuen Dinger nochmal auf die Schnauze. Oh und wir haben verloren. Yo los. Kacknacken. Trotzdem Belohnung. 2 Talentpunkte. 20 Geldeinheiten. Und auch eine nette Belohnung. Minus 60 Lebenspunkte. Das war eigentlich die netteste Belohnung dran. Okay. Ähm. Was habe ich gesagt? Weg des Bären. Wir schlagen diesen Weg einfach mal ein. Äh. Musst du zuerst das entsprechende grundlegende Talent freischalten. Ah. Das grundlegende kommt hier hinten. Am Arsch der Welt. Am Anus der Welt. Okay. Ähm. Nee. Ein schwächerner Schlag, der ziemlich viel Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Jetzt weiß ich aber nicht. Kinnhaken. Anforderung. 3 Stärke. Hoher Tritt. Also ich kann mit den Werten jetzt noch nicht so viel anfangen. Geschick deines Gegners. Aber ich weiß jetzt nicht. Ist das jetzt für das was ich vorhabe gut oder nicht? Lernen für 3. Wäre es nicht vielleicht gut den zu nehmen? Pass mal auf. Wir gehen mal. Wo gehen wir mal hin? Wir gehen mal hier in. In die Muggibude. Zu Fuß natürlich. Und dann trainieren wir mal so ein bisschen die Stärke. Können wir denn die Stärke trainieren? Hier ne? Ich glaube hier. Hier trainieren wir irgendwie ja alles so gleichmäßig, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann pumpen wir das Ganze mal auf 3 hoch. Ja. Anstehende Kämpfe. Ultimate in zwei Tagen. Äh. Anfängerliga morgen. Okay. Wir haben wieder ein bisschen was verloren. Gut, das reicht. Halt, stopp. Ähm. Kampfflieger. Talentbaum. Und dann nehmen wir mal den Kinnhaken mit. Lernen für 3. Jetzt brauchen wir 4 Talentpunkte, um ein zusätzliches Talent freizuschalten. Okay. Also das heißt, je mehr Punkte wir verbrauchen, weil die sind ja auch alle gestiegen. Je mehr Punkte wir verbrauchen, umso mehr verbrauchen wir für den nächsten. Okay. Der nächste Tag ist der Tag des Kampfes. Richtig? Äh. Nächster Kampf morgen. Ja. Dann können wir jetzt vielleicht noch so ein ganz klein bisschen Ausdauer nachziehen. Hochziehen. Wie auch immer. Okay.